Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. SpaceX testet größte Rakete aller Zeiten. Astra Space stampft Rocket 3 ein. NASA baut größtes Radioteleskop aller Zeiten. Die deutsche Firma Mineric wird von der US-Regierung ausgewählt. SpaceX verliert Subventionen durch FCC und schießt im zweiten Quartal doppelt so viel in den Orbit wie der Rest der Welt zusammen. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute in den Raumfahrt-News. Ich bin der Mo von Senkrecht Starter und wenn dir Raumfahrt-News gefallen, like da lassen und abonnieren nicht vergessen, damit du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpasst. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Sonntag, den 7. August um 5.48 Uhr MESZ hat die indische Raumfahrt-Agentur ISRO ihr Sun-Synchronous-Launch-Vehicle gestartet. An Bord war der Microset 2A. Leider ist der Start dieser neuen indischen Rakete fehlgeschlagen. Die Hypergole Kickstage, die vierte Stufe, der sonst auf Feststoffen basierenden Rakete, versagte vermutlich bei der Zündung. Im Livestream konnten wir jedenfalls sehen, dass das Triebwerk direkt nach der Zündung abschaltete. Indische Raumfahrt finde ich super spannend, weil die mit einem winzigen Budget krasse Sachen machen. Freut euch schon mal auf die nächste Episode. Da geht es dann um die indische Raumfahrt. Am Dienstag, den 9. August ist um 6.11 Uhr MESZ von Jingquan in China das chinesische Raketen-Startup Galactic Energy gestartet. An Bord waren zwei Taijin-Satelliten und ein Nanosatellit. Die eingesetzte Rakete war die Series 1, die so ihren dritten erfolgreichen Flug absolviert hat. Die Feststoffrakete wiegt etwa 30 Tonnen, ist 19 Meter hoch und hat einen Hauptdurchmesser von 1,4 Metern. Sie ist in der Lage, etwa 350 Kilogramm Nutzlast in einem niedrigen Erdorbit zu befördern. Auch am Dienstag, den 9. August, ist von Baikonur eine Soyuz 2.1b mit Fregat-Oberstufe abgehoben. An Bord war ein Spionagesatellit für den Iran. Der Start war um 7.52 Uhr MESZ. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat SpaceX um 4.14 Uhr MESZ eine Falcon 9 gestartet. Vom Kennedy Space Center am Cape Canaveral in Florida. Es war der 35. SpaceX-Start für dieses Jahr und an Bord der Falcon 9 waren 52 Starlink-Internet-Satelliten mit einem Gesamtgewicht von über 16 Tonnen. Am Mittwoch, den 10. August, ist von Taichuan eine lange Marsch 6 gestartet. An Bord waren 16 neue Erdbeobachtungs-Satelliten für die kommerzielle Jilin-Konstellation im sonnensynchronen Orbit. Startzeit war 6.50 Uhr MESZ. Am Freitag, den 12. August um 23.40 Uhr MESZ ist eine weitere Falcon 9 von SpaceX gestartet. Das war der 36. SpaceX-Start des Jahres, was ein neuer Rekord für SpaceX ist. An Bord der Falcon 9 waren Starlink-Internet-Satelliten und mit der 62. erfolgreichen Landung eines Boosters am Stück ist es auch ein neuer Rekord für SpaceX. Startplatz war die Westküste mit der Vandenberg Space Force Base. Eine sehr verblüffende Neuigkeit. Astra Space stampft seine Rocket 3 ein. Genau, das war der Horizontalstarter. Dieser Horizontalstart, mit dem sich Astra in das Gedächtnis der Community gebrannt hat, ist jetzt auch schon ein Jahr her. Und in den vier Starts danach sind nur zwei Raketen erfolgreich in den Orbit gekommen. Bei der Investoren-Telekonferenz des börsennotierten Unternehmens wurde von dem Vorstandsvorsitzenden, von Astra, das ist Chris Kemp, die Einstellung der Rocket 3 und Fokussierung auf die Rocket 4 bekannt gegeben. Rocket 4 hatte nicht gesagt, es gab auch einen Namenswechsel. Das neue Startsystem mit der doppelten Nutzlastkapazität der Rocket 3 wird ab jetzt Rocket 2.0 heißen. Aus Marketing-Sicht sicher eine gute Entscheidung. Über diese neue Rakete hatte ich ja schon berichtet und mit 600 Kilogramm Nutzlast in einem niedrigen Erdorbit ist sie dann doch ein ausgewachsener Micro-Launcher. Im Internet macht gerade die Runde, dass die Einstellung des Rocket 3-Programms für die NASA unvorbereitet kam. Einer der fehlgeschlagenen Starts hatte ja zwei NASA Tropics-Cubesets an Bord. Die sollten eigentlich durch Astra bei zwei weiteren Starts um jeweils zwei Satelliten ergänzt werden, auf insgesamt dann acht, was dann wohl nicht mehr zeitnah passieren wird. Denn die Rocket 3 wird ja nicht mehr fliegen und die Rocket 2.0 ist ja noch am Anfang der Entwicklung. Es ist Aufbruchstimmung im New Space, aber für die Startanbieter mit der komplexen Technik und den durch SpaceX massiv gesenkten Preisen ist es ein sehr schwieriges Geschäft. Wie hat Eric Berger von Ars Technica so schön gesagt, in Orbitcom ist schwer, ein Geschäft draus zu machen ist wohl noch schwerer. Auf einem Vortrag im Rahmen der Small Satellite Conference sagte Carlos Niederstrasser von Northrop Grumman laut SpaceNews.com, es gibt aktuell 166 Kleinträger-Projekte mit Nutzlasten bis zu 1000 Kilogramm. Demgegenüber stehen aktuell, wenn man die Rocket 3 als nicht mehr einsatzbereit jetzt rausnimmt, elf betriebsbereite Träger wie Minotaur One, Pegasus XL von Northrop Grumman, Electron von Rocket Lab, Launcher One von Virgin Orbit und sechs chinesische Fahrzeuge. Die Grundidee für viele Kleinträger ist auch die steigende Anzahl an Megakonstellationen relativ preisgünstig mit Ersatzsatelliten versorgen zu können, wenn einzelne Satelliten ausfallen. Aber auch für die eigenständig gestarteten Satelliten gibt es definitiv Bedarf. Aber da müssen wir uns auch nichts vormachen, das wird nicht alle dieser 160 Träger am Leben halten. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass Peter Beck, der Geschäftsführer von Rocket Lab, gesagt hat, dass die Elektron-Fertigung auf einen Start pro Woche ausgelegt ist. Die Elektron ist eine tolle Rakete und man kann klar die Professionalisierung sehen, aber trotzdem ist sie bisher nur 20 Mal geflogen. Und die aktuelle Startrate ist, wie Peter Beck in einem Interview mit Ars Technica sagte, 100% durch den Markt bestimmt. Das heißt, man ist grundsätzlich in der Lage, deutlich öfter zu starten, aber das wird vom Markt aktuell nicht nachgefragt. Statt der wöchlichen Starts mit 52 Starts dann im Jahr, würden es vielleicht eher auf 10, 15 Starts pro Jahr hinauslaufen. Der erste von sechs Satelliten, die ab 2024 für die NASA das mit Abstand größte Weltraumteleskop bilden sollen, ist fertig. Das Sun Radio Interferometer Space Experiment, kurz Sunrise, besteht aus sechs CubeSats, die gemeinsam die Sonnenaktivität untersuchen sollen. Die Wissenschaftler hoffen, besser verstehen zu können, wie die Sonne intensive solare Teilchenstürme erzeugen kann. Die können für Satelliten, aber auch für Raumschiffe und Astronauten gefährlich sein. Durch die Erforschung der Sonnenstürme sollen bessere Vorhersagen des Weltraumwetters ermöglicht werden. Zusammen sollen die sechs CubeSats vergleichbar mit einem einzelnen Radioteleskop mit einem Durchmesser von 10 Kilometern sein. Die US-amerikanische DARPA hat elf Unternehmen ausgewählt, die ein globales, redundantes Satellitennetzwerk mit Laserkommunikation aufbauen sollen. Das klingt für dich jetzt vielleicht nach Starlink, aber das Projekt hat einen anderen Fokus. Es soll eine nahtlose Kommunikation zwischen mehreren Betreibern und zwischen kommerziellen und militärischen und staatlichen Satelliten ermöglichen. So sind unter den ausgewählten Firmen Satellitenbetreiber wie Starlink, Telesat, Spacelink und Viasat und Amazon Skyper, aber auch Kommunikationsspezialisten wie die deutsche Firma Mineric. Sowohl meine Episode über meinen Besuch bei Mineric als auch mein Interview mit Mineric-Geschäftsführer und ehemaligem SpaceX-Ingenieur Bülent Altern, das lehne ich euch beides wärmstens ans Herz. Gerade die Frühphase von SpaceX, von der Bülent so plastisch erzählen kann, die ist super spannend. Das bringt uns zu SpaceX. Wenn die Zahlen von Bryce-Tag stimmen, das ist bei Regierungsnutzlasten ja manchmal ein bisschen schwierig, aber der Trend, der wird stimmen, hat SpaceX übrigens im zweiten Quartal fast 160 Tonnen in den Orbit geschossen. Das ist doppelt so viel wie der Rest der Welt zusammen. Wenn dich das Thema Weltraumschrott und Kessler-Effekt mehr interessieren, auch dazu habe ich ein Video für dich. SpaceX wird keine staatliche Förderung in den USA für seinen Starlink-Service bekommen. Wie die FCC mitteilte, wird SpaceX die beantragten fast 900 Millionen US-Dollar an Subventionen für seinen Starlink-Breitbanddienst nicht bekommen. Die FCC, Federal Communication Commission, die auch für die Vergabe von Satellitenlizenzen zuständig ist, erklärte am 10. August, Starlink habe nicht nachweisen können, dass es die Anforderungen für die Freigabe der Subventionen erfüllen kann. Soweit ich weiß, hat sich SpaceX dazu aber noch nicht weiter geäußert. Aber die Woche der SpaceX-News stand natürlich komplett unter dem Motto Boca Chica. Und dabei sah es erst nach einer Woche der Pleiten, Pech und Pannen aus. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend verloren geben oder so ähnlich. Kurz nachdem Elon Musk am 6. August ein Video von Booster 7 noch in der High Bay gepostet hatte, wurde Booster 7 zum Startplatz befördert. Dort angekommen, sollte Booster 7 dann wieder auf den Starttisch gehoben werden. Wir erinnern uns, als er da das letzte Mal für die Tests der Turbepumpen stand, lief nicht so alles ganz nach Plan. Und auch diesmal schien die Testkampagne unter keinem guten Stern zu stehen. Los ging es dann nämlich, wie gesagt, mit einer Panne. Am 6. August schrieb Elon Musk, dass er den Geruch von Hydrauliköl am Morgen lieben würde. Meiner Meinung nach eine klare Referenz auf das Platzen einer Hydraulikleitung an den Chopsticks, also der Fang- und Hebevorrichtung der Startanlage für das Starship. Wenn dich das Thema mehr interessiert, hier nochmal mein Hinweis auf mein Video, das erklärt, wie SpaceX den Booster nach erfolgreichem Flug in der Luft beim Landen fangen möchte. Das verlinke ich dir hier. Aber zurück zu Booster 7, der trotz mehrerer Pannen in den letzten Monaten mit Starship 24 weiter unser Kandidat für den ersten Orbitalflug des Starships zu sein scheint. Und tatsächlich, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde sowohl Booster 7 als auch Ship 24 für Tests vorbereitet. Auch hier sieht man meiner Meinung nach die Denke bei SpaceX. Wir müssen die Anlage und die Umgebung für Tests räumen? Okay, dann lass uns so viele Tests wie möglich parallel machen. Und tatsächlich wurden sowohl Booster 7 als auch Starship 24 einer Feuertaufe unterzogen. An Booster 7 feuerte ein einzelnes Raptor-Triebwerk, während an Ship 24 gleich zwei Raptor getestet wurden. Wie erfolgreich die Tests waren, das weiß SpaceX wahrscheinlich nur alleine. Aber ich für meinen Teil, ich denke mir immer bei SpaceX-Tests, naja, wenn nichts explodiert, dann war es erfolgreich. Ein weiteres Indiz dafür, dass man im Starship-Testprogramm wieder auf Spur ist, war der nächste Test. Am Donnerstag, den 11. August, wurde Booster 7 erneut getestet. Diesmal deutlich länger. Ganze 20 Sekunden soll das Raptor-Triebwerk gefeuert worden sein. Als Hauptziel schrieb Elon Musk bei Twitter das Tankbedrückungssystem. Das SpaceX-Raptor-Triebwerk im Full-Flow Staged Combustion Cycle ist ein ingenieurstechnisches Meisterwerk und das bisher einzige seiner Art, das geflogen ist, wenn auch nicht in den Orbit bisher. Wenn dich das Raptor und sein Antriebszyklus mehr interessiert und warum SpaceX mit dem Raptor über das aktuell fortschrittlichste Raketentriebwerk verfügt, was fliegt, wie gesagt, das erkläre ich in meinem Video zu dem Thema. Aber zurück zu dem, was laut Elon Musk getestet werden soll. Die autogene Druckbeaufschlagung der riesigen Booster-Tanks, die erfolgt durch das Erhitzen der Betriebsstoffe im Triebwerk und das dann in einem eigenen Kreislauf für den jeweiligen Stoff. Macht glaube ich auch Sinn, dass man den Methantank nicht unbedingt mit heißem Sauerstoff drücken sollte. Obwohl es bestimmt spektakulär aussehen würde. Wenn ich die Tweets von Elon Musk weiter richtig deute, dann ist in der aktuellen Testkampagne von Booster 7 der äußere Ring mit 20 Raptoren im Fokus. Hoffentlich gibt es dann auch einen Test mit 21 Raptoren. Das würde uns vermutlich dann auch ein gutes Gefühl dafür geben, wie laut und wie zerstörerisch so ein Starship-Start werden könnte. Ich bin optimistisch wie nie, dass das Starship-Programm auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Von einem Raptor-Test zu 33 Raptoren ist es natürlich noch etwas hin. Aber wenn mein Gefühl stimmt, dass die Testkampagne jetzt wieder planmäßig verläuft, dann erwartet uns ein sehr geiler, feuriger Sommer. Die Zeitfehleinschätzungen von Elon Musk sind ja mittlerweile sprichwörtlich und so führe ich sie hier nur der Vollständigkeitshaber an. Auf die Frage, wann mit einem erfolgreichen Starship-Orbitalflug gerechnet werden kann, sagte Elon Musk auf Twitter ein bis zwölf Monate. Was dann definitiv vorher passieren wird, das sind die Starts der kommenden Woche. Soweit ich das überblicke, wird es mit einem Start eine ruhige Woche. Am frühen Dienstagmorgen, den 16. August, soll um 2 Uhr MESZ eine Falcon 9 mit Starlink-Internetsathleten starten. Startplatz ist mit Cape Canaveral, die Ostküste der USA. Da mitten in der Nacht wird es wohl keinen Livestream von mir geben. Wenn du meine Livestreams nicht verpassen magst, unbedingt zusammen mit dem Abo die Glocke aktivieren, damit du benachrichtigt wirst, wenn sich ein Start verschiebt oder wenn ich dann doch live bin. Das Abo ist generell auch keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technikepisoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Die aktuelle Folge zum Beispiel, die erklärt am Beispiel des SpaceX Starship, was die sehr wichtige Größe in der Raumfahrt Delta V bedeutet und wie man damit relativ einfach überschlagen kann, wie weit man mit einer Rakete im Sonnensystem fliegen kann. Und wir klären weiter die Frage, ob das Starship theoretisch zu Jupiter und Saturn fliegen könnte, wie das SpaceX auf Konzeptbildern zeigt. Spoiler, ja, könnte es. Die sehr gelungene Episode, die verlinke ich dir hier. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass ich in der letzten Episode und jetzt hier in den News das Team nenne. Neben unseren grandiosen Mods gibt es einen Neuzugang. Nach drei Jahren, in denen ich die Senkrechtstartervideos ja alle komplett allein produziert habe, freue ich mich riesig, dass Nathalie ab jetzt den Schnitt für mich übernimmt. Vielen, vielen, vielen Dank. Nathalie, es macht jetzt schon unglaublich Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Auch danken möchte ich meinen Schutzengel, den Patreons und YouTube-Kanal-Nitgliedern. Wer sich so ein bisschen auf YouTube auskennt, der wird wissen, dass man mit einem YouTube-Kanal mit 40.000 Abonnenten keine Familie ernähren kann. Umso dankbarer bin ich allen, die mir durch ihre monetäre Unterstützung helfen, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Und dass es höchste Eisenbahn ist, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, das wisst ihr, glaube ich. Denn in der Raumfahrt geht ja mega die Post ab und wir sind auf dem Weg zu unserem Apollo-Moment. Der Moment, wenn die Menschheit endlich da wieder draußen große Sprünge machen geht. Ich sage es immer wieder, ich kann es kaum erwarten, wenn es dir genauso geht, like da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Dein Mo. Bis zum nächsten Mal.